Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Hilfe für die Verwundeten anzunehmen bei Stan Darkarm im Eisklamtal an dieser Stelle. Vor Quest war die Stellung halten. Quest ist auch automatisch angenommen, sobald man den NPC anspricht. Und wir sollen jetzt Verwundeten Gebirgsjäger, der Eisklam, helfen. Alles klar. Wo sind diese? Schaut mal, da ist ein Verwundeter Gebirgsjäger. Einfach jetzt Quest-Item drauf benutzen. Sollte das Quest-Item bei euch nicht hier oben an der Quest mit angeheftet sein, ins Inventar schauen. Könnt ihr auch in die Leisten ziehen und von da aus benutzen. Der ist nicht verwundet. Der ist verwundet. Seht ihr, funktioniert auch aus der Leiste. Hinten ist noch ein Verwundeter. Schauen wir mal, ob man die überhaupt anklicken muss. Nein, die muss man nicht mal anklicken. Die Gebirgsjäger. Einfach hinlaufen, Quest-Item benutzen. Check. 4 von 4. Erledigt. Also, gefällt mir. Bestes Sub zu geben bei Stine Starkmann. Äh, Stine Starkarm, nicht Starkmann. Im Eisklamtal. An dieser Stelle. Also, hier ist der Pfeil. Hier ist das Fragezeichen. Ich glaube, dass ihr stimmt. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.